Hallo meine Lieben, ja, heute ist die Frage, was ihr gerne an der politischen Situation Deutschlands verändern würdet. Seid ihr zufrieden? Oder nicht? Keine Ahnung. Teilt's mir mit. Ich würde mich auf jeden Fall über Zuschriften freuen und ich antworte dann auch, ja. Natürlich werden die Kommentare moderiert, weil ich möchte keine unqualifizierten Kommentare unter meinem Video vorfinden. Bis dann. Tschüss.